Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2 Und ja Wir reiten jetzt erstmal zu einer fremden Person, also das ist eine Nebenmission Hey, bist du da? Kannst du dir helfen? Ja, ich bin. Ach so. Kannst du mir helfen, Herr? Was ist das Problem? Mein verdammter Hörger wurde spockiert und wurde weggezogen. Nicht zu schlecht, zumindest. Und er nahm meine lege. Entschuldigung. Ich glaube, er ging das so. Sein Name ist Buell. Buell? Der zweite Mal ein Prick named Buell coste mir eine lege. Buell war mein General, als ich ihn verloren habe. Oh, okay. Suche in der Nähe nach Buell. Okay, werden wir machen. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Ach so. Das ist ein Pferd. Ich bin so ein Trottel. Ich habe gedacht, das ist eine Person. Ich bringe Buell zum Veteran zurück. Ich bin so ein Trottel. Er ist nur wo du bist. Ich kann nicht weit weg mit diesem Leggenre Stirl. Ich kann nicht nach Buchen her so. Es wäre gut, du hörst? Ich habe die Noten. Er ist kein Mensch, du willst zu trenieren. Es ist egal, wie groß und stark du bist. Vielen Dank. Untersuchen. Niederländisches Warmblut. 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 Yep. Yeah. Ja! 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 Es ist gar nicht mehr so weit. Also mit dem Pferd geht es eigentlich eh ziemlich schnell. Ja! Ja! Ah, hier ist eine Nebenmission, aber die werden wir erst später machen. Ah, hier war ich halt wirklich noch nie. Okay. The thing is, Sadie, I really can't... I insist. Insist? All you like ain't happening. Arthur Teller. Teller was? She ain't coming with us to collect her husband. Abigail, you ain't coming, that's the end of the matter. See, there you heard him. Now let's go. But... But nothing. It'll be quicker and easier with just the two of us. Plus, John will be calmer without worrying about you. Ain't complicated. Well, I ain't the crime's sore, but I'm real grateful. We know you are. We'll bring him back to you. Thank you. Thank you both. We'll bring him back to you. All right. Here goes nothing. The place is surrounded by Marsland. Should hopefully give us a bit of cover to move in close enough to find a spot and look for John. Now, this time of day, prisoners will probably be working the fields. Then all we gotta do is take out all the guards and roll our way out of there. Seems simple enough. Yeah, man. How many times, Marsland? Okay, bring us over. Begib dich zum Wachtturm. Untold. Suche nach John. All right. Where is John? Hey, I think I see him. There is a group in front of that barn just to our riding. Oh, yes. I see two guards. Okay. Take them out and let's go get up. Okay. Beseitige die Wachposten. Okay, zuerst den hier. Und der zweite. Oh, shit. I don't think that was John. Let's go over there and see. Hey, you idiot. Come on. I'd still move on. Suche im Feld. Okay, let's go over. Ach so. I'mT. I am running or not? Come on, Arthur! Let's keep moving! Where is he? You see him? No. Du, Herr, kennst du John Marsden? Er ist nicht... er arbeitet heute. Lass die Schrauben, Frau. Nein. Du lass die Schrauben. Jetzt! Wo ist John Marsden? Er... er ist nicht in den Arbeitsdetail... heute. Okay, ich glaube, wir gehen und holen ihn zusammen. Töne was, ich gehe da. Ist das klar? Ja, sehr klar. Oh nein, du nicht. Komm schon, Partner. Ja, ich gehe da. Warum darfst du die Frau für die Schrauben auf sie? Entschuldigung? Ich sagte, ich gehe da. Entschuldigung, Mann. Es ist kein Hund, Mann. Also, woher gehen wir? Auf die Entfernung, glaube ich. Und wer ist in der Lage, dieser gewisse Städte? Jamieson, Herr. Jamieson, wer? Nein, Mr. Jamieson. Heston Jamieson. Oh, ist er ein guter Mann? Er ist ziemlich ein... Exaktor, Mann. Ich freue mich auf ihn zu treffen. Sie... Sie werden... Sie werden dich nicht machen. Das wird es für dich, mein Freund. Also, bist du ein populärer Mitarbeiter, mein Freund? Nicht besonders. Ich denke, wir müssen uns herausfinden. ... und nicht auf den Weg zu dem Weg zu fahren. Komm, du sagst dich nach der Galle. Wir haben schwer, jemanden da etwas Werzer über diese Frau. Ich glaube, wir sehen. Wir müssen uns rauszufinden, den Weg fahren wir hier aus. Bemerlehen, ich stehe zählen. Habt ihr'einbeizet! Okay, friend, be cool now. Just do as I say. Drop the goddamn guns! Jameson! Is Jameson in? He's his son, Denise. They got Milliken. Got him and gonna kill him. Unless you bring me John Marston. Right now. You got one minute. I'm counting. One, two, three. Milliken, is he? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From one or four, sir? Oh, very funny. Now, we must be at 11 by now. 11? 12? 13? Faster. 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18. This poor fool's gonna get his brain shot out. And over what? For nothing. Hey, Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and break that asshole out here, you bastards. Come on. Don't cry, buddy. I don't want to die. Yeah, I know. I know. Hey. Hey. John. What about you two? Now, no funny business. Mr. Milliken here will stop crying once and for all. Okay. Today's your lucky day. Let's go. Okay, ich hab mein Bowl-Action-Gewehr. Okay, ich hab mein Bowl-Action-Gewehr. Ah, da sind zwei. Ah, cover us! John, let's move! John, let's go! Ah, da sind ja auch welche. Okay, ich hab mein Bowl-Action-Gewehr. Okay, weg hier. Ah, die kommen über die Brücke. Okay, ich folge John einfach mal. Oh, nein. Oh, nein. Alter, sind das viele. Ja, ich bin fast tot. Was soll ich machen? Was? Oh, Mann. Okay, nochmal. Okay, heute ist dein glückliches Tag. Let's go! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Let's clear these and make a road for you! Kleine Headshot. Warum trifft das denn nicht? Nachladen. Ja, es trifft einfach nicht. Ja, es trifft einfach nicht. Das war's. Oh mein Gott. Okay, ich hab's gleich geschafft. Oh nein. Alter, das ist Gewehrschlag. Stark. Danke. Steig auf dein Pferd. So what the hell happened in Saint-Denis? Is Abigail all right? She's fine. Jack is too. She managed to escape when they got Hosea. Hosea. That still don't seem real somehow. All them years. Arthur. He was like, like family. Yeah, we lost young Lenny too. No. What a goddamn mess. And did we... What about the money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. Throwing the way out of there. The boat went down in a storm and... We ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Wait. You're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but... Things ain't very good, John. You're telling me. We're holding up now in the mountains to the north. Near Roanoke Ridge. Some caves there. But Pinkertage caught up with us again. We had to move. Yeah. Seems Molly ran it us out. The bitch. So she's dead too. Jesus. Maybe you should have just left me to hang. And... I should warn you. Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so... Might not be the hero's welcome, you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank... When they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a... A moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now. Well... Maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Guess not. What's his favorite no more... Is that what? Who's your favorite no more. It can't stop... quarter cuánts did it... ¿That... Well, how? It can't stop this... Usually... Du hast ihn zurückgebracht! Wir sagten, wir würden. John! Was machst du hier? Schön, dich zu sehen, Partner. Ich habe gesagt, ich habe noch nicht geholfen für dich. Ich bin. Ich habe gesagt... Ja, ich weiß, was du sagst. Du fühlst dich anders. Ist das so? Ja. Ja. Was bringt, John? Das bringt uns auf alle von uns. Was dann, Arthur? Ich denke, wir haben noch ein anderes Spiel. Loyalität, Arthur. Es ist nicht... Ich habe ein verdammter Plan! John... John... Du bist mein Bruder. Du bist mein Sohn. Ich kam für dich. Sie... Sie sprachen mit mir, Dutch. Sie sprachen. Sie sprachen. Sie sprachen. Und jetzt, sie kommen und uns alle zusammen! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Sie sprachen. Arthur, Arthur. Oh, sorry. I was miles away, thinking of, uh, I don't know. Dutch said to tell you, he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Mission abgeschlossen. Okay, ja, das war eine bisschen schwierigere Mission. Und ich habe halt ein paar Mal verkackt, aber es war eine richtig geile Mission. Und ja, Leute, ich würde jetzt erstmal sagen, das war es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, ist gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.